Zitze, zitze! Ja? Ihr könnt schnippen und zack! Ah! Ja! Ja! Hehehe! 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 Ich muss mal kurz fissen. Ja, auch was denn der Mensch ist bedürfens. Ich werde die Zeit nutzen, um dieses Mikrofon zu reparieren. Da ist für mich immer ein Knacks drauf, weil das nicht so geklingelt ist und wir wollen aber auch mal nicht so rein. Das mit Blästchen gehört. Ja... Ähm... Ich hab ja beliebt, ich will mal mit einer neuen Stimme sein. Vielleicht mal so eine neue Stimme finden. Das ist ein Modo. Ah! Entschuldigung, ja. Das ist ein Modo. Das ist ein Modo. Das ist ein Modo. Ähm... Thomas? Hast du noch so einen Tag? Werner, kannst du mal ganz kurz Minuten? Jetzt? Das ist ein Modo. Das passt nicht, ja? Okay. Das passt nicht. Das passt nicht. Ich bin einfach fangen. Wobei ist er noch wieder der Robert? Der blieb wohl keine Zeit mehr für Henkelmaschen. Was? Fest! milyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyano Super Sach ! Super Sach, aaah.... Mir dadr ist jetzt doch schön, Können Sie noch Witz erzählen in der Zwischenzeit? Können Sie noch Witz erzählen? Ich glaube, der Herrschling. Ey, ich hab weh, ich kann kein Witz erzählen. Das ist in den Zimmer. Hallo, komm. Ah, danke, danke. Müssen Sie auch kein Witz erzählen. Sehr gut. So, ich kann ja nicht nur so schweibische Witze. Super funktioniert! Das ist gar nicht so gut. Oh, jetzt will ich was. Also, jetzt hätte ich auch ein Witz. Oh Mann, ich muss das gar nicht machen, ey. Die Cousine meiner Mutter ist da. Nein. Nein. Wobei es würde auch kein Unterschied machen. Ihr fehlt ja eh alle. Ein Witz. Warum gehen die Bibel nicht in die Kirche? Weil sie Insekten sind. Ja, ja, ja. Ja, genau. Im schlechten Teil auch noch mal so. Die Zeit des Internets ist letztens mal Passwort geändert. Und jetzt, wenn ich das Falsche habe, ich habe es jetzt falsch geändert. Und wenn da steht, es ist falsch. Also, Passwort ist falsch. Die Passwort ist Falsches. Das ist krass. Ja, aber das ist ein bisschen witzig, ne? Na ja, bei vielen Witzen noch besser. Ich habe heute noch was lustiges gelesen. Erstmal erst mal bei Facebook. Du hast geschrieben, Ich habe jetzt alle gebloggt, mit denen ich keinen Sex haben möchte. Wenn du diese Nachrichten erhältst, melde dich bei mir. Fand ich ganz gut. Fand ich ganz gut. Es geht gleich weiter. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich nur in ca. 15 Minuten. Mit von euch jemandem ein bisschen Zähn vielleicht kurz mal? Ja? Glück seine Zähn. Weißt du wirklich? Gebt jetzt die Drogen. Immer erst schreien. Genauso wie mit dem Ausziehen schreien. Als ob sich jemals einer von euch ausgezogen hätte. Das läuft richtig gut hier. Ach so. Jetzt geht's wieder. Ja. Ich höre es. Ja, erzähl. Du weißt nein? Vielleicht geht's mir auch ein bisschen spannend, wenn du dich gefahren oder sagen, wir kommen jetzt auf Spiegel los. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja